So, ihr Süßen, das ist hier im Holländerviertel das Maison de Chocolat. Es ist so Samstag, Nachmittag um vier und alle sitzen hier und trinken Kaffee und essen Kuchen. So, und jetzt haben die auch einen Platzer gehabt, ich gehe mit euch mal rein. Es ist natürlich draußen voll, es ist drinnen voll, aber die haben hier eine coole Idee gehabt, dass im Flur, dass der Flur praktisch zweckentfremdet wurde, dass im Flur auch gesessen werden kann. Und ziemlich cool auf so Barockstühlen, wie ihr seht, da die Wände sind schön. Wieso muss die mir jetzt in die Kamera rein, ich hätte es doch gesehen. Entschuldigung, also das ist die liebe Hanna, die hält den Kopf da unten. Ich zoome jetzt mal, Hanna mach mal, das ist jetzt diese belgische Schokolade. Guck mal hier, ich zoome jetzt mal, wow, das ist so eine, machen wir mal, das ist so eine Kalorienbombe und die werden wir jetzt zu uns nehmen. Das heißt, einmal Zuckerschock, ja, ich drehe mich jetzt mal rum. So, hallo, hier bin ich wieder, also ich sitze jetzt hier nochmal im Meso de Chocolat und werde jetzt diese belgische Schokolade zu mir nehmen. Und dann habe ich es mir schlecht, ich weiß es jetzt schon, danach ist es mir schlecht, aber sie ist so toll. Aber man kann dann keinen Kuchen dazu essen, das ist einfach too much. So, ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Das Kind löffelt. Cool. Was ist das? Cool. Was ist das?